Kennst du das auch? Du willst ein Kind gebären. Genauso ging es mir auch. Ich wollte ein E-Book schreiben. Der Wunsch war da, aber das wie genau noch nicht. Durch einen Freund wurde ich auf ein Online-Trainig aufmerksam zum Thema Buchschreiben und wie man damit gleichzeitig auch noch Geld verdienen kann. Also ich das Training besucht und ich muss sagen, es hat sich echt rentiert. Was mich dabei besonders begeistert hat, war, wie einfach es ist, ein E-Book innerhalb kürzester Zeit zu schreiben, wenn man genau weiß, wie man das richtig anpackt und vor allen Dingen, dass es praktisch kein Thema gibt, das nicht dafür geeignet ist. Das war echt cool und vor allem, dass man damit sogar noch richtig Geld verdienen kann. Das hat das Ganze natürlich noch getoppt. Was mich dann aber fast umgehauen hat, war, dass die in dem Online-Training sogar einen Werbegutschein in Höhe von 50 Euro herausgegeben haben. Also, wenn du auch dein eigenes Buch veröffentlichen und damit auch noch Geld verdienen willst, dann solltest du dieses Training unbedingt gönnen. Klicke unter dem Video auf den Link und melde dich einfach an. Ich verspreche dir, du wirst genauso wie ich hellauf begeistert sein. Also, gib Gas. Klicke auf den Link. Du weißt ja, es gibt nichts Gutes, außer du tust es. Besser unperfekt gestartet als perfekt gezögert. Du weißt ja, es gibt nichts Gutes.